Hallo zusammen, ich heiße Jonas Gürti, bin zuständig für Marketing, Kommunikation und Events bei Swiss Basketball, begleitet von meinem Kollegen Valer Bülat, Leiter der Turniere, und gemeinsam werden wir euch das Projekt Digitalisierung bei Swiss Basketball präsentieren. Bevor wir das Thema Digitalisierung unter unserem Projekt näher vorstellen, muss man zuerst verstehen, wieso wir den Schweizer Basketball digitalisieren wollten. Erstens haben wir natürlich gemerkt, dass wir einen gewissen Rückstand gegenüber unseren Nachbarländern haben, im nationalen und internationalen Bereich. Insbesondere waren es unsere Skills und auch unsere Prozesse. Unsere Gesellschaft entwickelt sich hier sehr rasant und wir müssen auch schnell reagieren können, um den Trends zu folgen und unserer Community so nah wie möglich zu sein. Wir haben transversale Probleme, die wir in verschiedenen Sektoren unseres Verbandes beobachten, und es gibt natürlich globale Lösungen. Wie andere Verbände auch, wollen wir mehr Lizenznehmer, mehr Fans, mehr Partner und mehr freiwillige Helfer. Natürlich wissen wir, dass es eine große Herausforderung ist, sie zu behalten und sogar neue zu finden. Ziel der Digitalisierung des Basketballs ist es, effiziente und innovative Skills für unsere Community zu schaffen, damit wir auch tagtäglichen Mehrwert haben können. Wir wollten darüber hinaus, wie gesagt, neue Dienstleistungen entwickeln, um näher an den Bedürfnissen unserer Community zu sein, im Trend zu liegen und auch den Basketball der Zukunft bestmöglich voranzutreiben. Schließlich besteht ein großer Bedarf, unsere internen Prozesse, Papierdokumente oder zeitaufwendige Handbücher zu optimieren. Und noch ein letzter Punkt. Das Ziel ist ebenfalls die Aufstockung unserer Ressourcen, vor allem aber das Einsparen von Ressourcen durch die Automatisierung bestimmter Prozesse mit neuen digitalen Werkzeugen. Wie werden wir den Schweizer Basketball somit digitalisieren? Es wurde eine Bestandesaufnahme vorgenommen und heute werden wir Ihnen zwei Hauptthemen vorstellen. Das erste Thema ist die Partnerschaft FIBA Connected Stadium, die uns helfen wird, die Produktion und Übertragung von Schweizer Basketballspielen zu verbessern und somit neue Dienstleistungen zu entwickeln. Und dann die zweite, oder das zweite Thema ist die Partnerschaft mit einem spanischen Unternehmen namens NBN 23, damit wir alle Prozesse digitalisieren können und den Schweizer Basketball in eine neue Ära bringen zu können. Danke, Jonas. FIBA Connected Stadium, was ist das genau? Ganz einfach ausgedrückt, es handelt sich dabei um automatisierte Kameras, die es uns ermöglichen, Spiele mit wenig oder gar keinen persönlichen Ressourcen zu filmen. Warum wollten wir diese Spiele streamen und verfügbar machen? Zunächst, im Basketball werden wenige Spiele im Fernsehen übertragen oder ausgestrahlt und wir wollten diese Inhalte unserer Community anbieten und haben zum Meta ein Kamerasystem bzw. ein manuelles Kamerasystem eingerichtet, mit Leuten im Hintergrund, die anfingen, das Spiel zu filmen und dann wurde das auf YouTube-Plattformen verteilt. Und im Laufe der Zeit wurde uns auch klar, dass dies nicht nur für unsere Community toll ist, aber auch für weitere nützliche Zwecke, sondern Analyse oder Scouting für die Trainer. Wir hatten also diese Sorge um die Qualität und die Stabilität der Videos und diese Partnerschaft hat uns ermöglicht, diese Stabilität und die persönlichen Ressourcen auch einzusparen. Dann haben wir das Handling der Kamera. Dieses erfolgt ferngesteuert. Eine Person kann also alle Räume gleichzeitig verwalten. Die Spiele können wir auf verschiedenen Plattformen verteilen und den Basketball auf eine breitere Ebene zur Verfügung stellen. Mit dieser Partnerschaft von FIBA Connected Stadiums ist der Schweizer Basketball der erste nationale Basketballverband in diesem Projekt, der an der Weltmeisterschaft 2019 in China offiziell anerkannt wurde. Wir verfügen heutzutage über mehr als 20 Räume und mit diesem System ausgestattet sind. Und damit diese Erfahrung für den Benutzer toll ist, können wir natürlich zusätzliche automatisierte Grafiken einfügen. Das ist ein ganz tolles Fernseherlebnis. Es ist, als ob man das Spiel direkt vor Ort sehen könnte oder würde. Das entspricht quasi während einer Saison an 500 Spiele, die wir auf unseren Kanälen übertragen können. Dank Synergy Sports werden diese Spiele auch international gezeigt. Wie gesagt, ein kleines Beispiel. Und da wir sehen eben, was die Kameras aufnehmen, dann haben wir diese automatisierten Grafiken. Danke, Valer. Gleichzeitig, also wie gesagt, wir haben diese automatisierten Grafiken, die Kameras und wir haben weitere Vorteile für neue Dienstleistungen. Das heißt, wir haben den Instant Replay System für die Schiedsrichter in der ersten Division. Man kann also nochmals das Spiel zurückverfolgen. Dann haben wir auch, wie gesagt, ein Analysewerkzeug für die Coaches. Man sieht auch die unterschiedlichen Trainings. Alles wird gefilmt. Dann, wie schon gesagt wurde, man kann die Anzahl Spiele erhöhen. Man muss einfach das Spiel über Internet programmieren und kann dann natürlich weitere Spiele noch streamen. Und wie gesagt wurde, die ganze Planung und Verwaltung ist zentral. Das heißt, man kann sagen, ich möchte dieses Spiel verfolgen und dann muss man einfach die Kameras einstellen um eine gewisse Zeit. Und dann weniger Human Resources. Früher brauchte es mehrere Personen, die gleichzeitig eben die Kameras einrichten mussten. Und die Partnerschaft da ist wirklich sehr evolutiv mit der Synergie Sport, weil das Projekt wird dann noch mobile Entwicklungen dazu bringen. Und somit können wir die Spiele auch für Junior oder Mini-Baskets immer zeigen. Somit haben wir wirklich die Möglichkeit, diese Spiele zu verfolgen. Und dann haben wir eine neue Marketingplattform und können natürlich tolle Bilder im Fernsehen übertragen und zeigen. Und weitere Dienstleistungen sind da somit auch entwickelt, die man dann auf den sozialen Medien direkt auch teilen kann. Wir haben auch einen direkten Draht zu unseren Fans. Schlussendlich gibt es natürlich auch Grenzen in diesen Einrichtungen. In jedem Projekt gibt es solche Grenzen. Wir mussten uns mit verschiedenen Problemen auseinandersetzen, insbesondere im Hinblick auf die Kamerainstallation. Ja, weil man installiert eine Kamera in einem öffentlichen Raum, an einer festen Stelle. Wir mussten somit mit den Gemeinden oder den Eigentümern über die Einrichtung diskutieren, damit wir wirklich diese Kameras nur für Basketball oder andere Sportprojekte verwenden. Und natürlich ist auch die Einrichtung dieser Kamera mit Kosten verbunden. Wir haben stets die Frage auch mit den Bilderrechten, zum Beispiel im Hinblick auf das Streaming. Das muss alles verwaltet werden. Ja, und dann gibt es noch ein weiteres Problem. Wir hängen auch von einem Support im Ausland ab. Dann heißt es, gibt es natürlich auch vielleicht auch einige Hürden im Kommunikationsbereich. Es ist viel einfacher natürlich, mit einer Person direkt vor Ort zu sprechen und dann kann man sagen, ja, man sollte dies oder das noch tun. Und dann erfordert es eine gewisse Ausbildung, das heißt in der Spielplanung, eine gewisse Koordination ist gefragt und weitere Faktoren, die man berücksichtigen sollte. Auf NBN 23 haben wir natürlich die internen Prozesse. Wir werden, wie gesagt, die ganze Arbeit digitalisieren. Das heißt, bislang hatten wir zum Beispiel auf Papier den Spielbericht und jetzt haben wir das alles auf Tablet. Das heißt, die ganze Digitalisierung ist im Gange. Somit können wir auch Analysen extrahieren und dieses Tool ist stets evolutiv. Nicht nur der Spielbericht, aber die ganzen Grunddaten müssen geändert werden und das ist ein großes Challenge. Aber die ganzen Daten schlussendlich werden uns erlauben, wirklich eine neue Erfahrung zu teilen, sei es für die Spieler selbst oder auch die Coaches und so weiter. Das heißt, die ganze Zeit, 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 die ganze Zeitung, die ganze Zeitung, die ganze Zeit, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Diese Änderung erfolgt dann in drei Schritten. Wir haben einerseits die Datenbank, den Spielbericht und schlussendlich werden alle Daten auf eine App übertragen. Wie schon gesagt, die Idee ist es natürlich, die ganzen Prozesse zu maximieren, Papierdokumente, wenn möglich, oder auf Papierdokumente zu verzichten. Und wir wollen alle diese manuellen Prozesse, die zeitaufwendig sind, durch etwas ersetzen, was digital ist. Im Bereich elektronischer Spielbericht haben wir nun eine App auf dem Tablet, sehr intuitiv. Es erleichtert natürlich auch die ganzen Arbeiten im Hintergrund. Wir haben dann kleine Skills. Zum Beispiel kann man eine Score-Tabelle auf einen externen Monitor übertragen. Aber wir haben immer noch Papierdokumente. Das heißt, ein Spielrapport wird aus rechtlichen Gründen noch auf Papier erstellt. Und dann, dank dieser neuen Datenbank, können wir die Arbeit der Regionen vereinheitlichen, damit wir in die gleiche Richtung arbeiten. Heutzutage müssen wir mit den Werkzeugen arbeiten, die wir haben. Das heißt, Swiss Basketball möchte wirklich das Ganze vereinheitlichen, damit wir überall die besten Werkzeuge zur Verfügung haben. Wie gesagt, wir bewerten auch die Arbeit der Betreuer und wir können diese Daten dann auch weitergeben. Und, da die ganzen Prozesse digitalisiert werden, wird auch die ganze Arbeit im Hintergrund vereinfacht. Das heißt, auch in den Vereinen oder wenn man die Planung vornehmen muss und so weiter. In jeder Änderung gibt es einen Teil Ausbildung. Und wir haben vier Hauptthemen, die regionalen Verbände, die Clubs, das heißt die Vereine, die alles auch natürlich auf digitaler Ebene durchführen. Und dann haben wir natürlich auch die unterschiedlichen Betreuer und die Lizenznehmer. Man kann dann weiter noch Videokonferenzen durchführen, E-Learnings und ferner gibt es Workshops und ein ganzes Panel von Ausbildungen, die da zur Verfügung stehen. Und Jonas präsentiert jetzt diese App. Ja, wie gesagt, wir haben diesen digitalen Spielbericht. Die ganzen Informationen kommen aufs Tablet und diese Informationen werden dann in Echtzeit auf diese App übertragen, wie es mit Play Store oder iTunes bekannt ist. Und das heißt, diese Basketball-Welter sowohl für die Fans, für die Coaches, für die Spieler quasi revolutionieren. Man kann mit NBN 23 diese ganzen Statistiken, die Planungen, den Kalender, die Spieler verfolgen. Das war früher unmöglich mit dem Papier-Spielbericht. Das brauchte quasi ein, zwei Tage. Und die Stärke des Projektes ist, dass man diesen Dienst nicht nur der Elite anbieten kann, wie es der Fall ist für internationale Verbände. Auch von Mini-Basket bis zu den Profis können wir die gleichen Standards anbieten. Wir können eben die Matches und auch die Spieler und die Statistiken verfolgen. Es handelt sich um eine neue Art, den Basket zu konsumieren. Früher musste man hin und her reisen und jetzt, wenn man zum Beispiel in Tessin oder in Genf ein Spiel hat, dann kann man direkt auch in Echtzeit diese unterschiedlichen Spiele verfolgen. Und die Betreuer haben natürlich eine wichtige Rolle, weil ohne sie geht auch nichts. Dann gleichzeitig, dieses Projekt sehen wir für die Zukunft. Und wir haben eine Basis erschaffen mit neuen Dienstleistungen für die Mitglieder und auch für die Lizenznehmer und die Fans natürlich. Das Erste, was wir jetzt natürlich planen, ist der Streaming-Bereich, damit wir die Spiele ausstrahlen können auf dieser App. Bei den Jungen oder auch bei den Profis möchten wir alle Spiele so ausstrahlen können. Und auch die Statistiken können direkt in die Video integriert werden. Das Play, 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 wenn man eben etwas sieht, dann können wir direkt auf diese Aktion, im Real, in Echtzeit, das Ganze verfolgen. Und dann kann man noch weitere Dienstleistungen entwickeln. Das ist auch für den technischen Bereich sehr wichtig. Wir haben dann einen automatischen Bericht am Ende des Spiels. Und für die Coaches ist es wirklich ein Analysewerkzeug, das wirklich ganz, ganz toll ist. Und somit auch können sich die Spieler vorstellen, bei anderen Vereinen zum Beispiel. Auch mit den sozialen Medien kann man eben da mitspielen. Und am Schluss gibt es natürlich auch noch Schwierigkeiten, die wir trotzdem auftreffen. Das heißt, wir sprechen über eine Transition, die mit einer Zeit verbunden ist. Es braucht einige Zeit, wie gesagt, zwei, drei Jahre, um das zu installieren. Und zweitens braucht es auch eine Änderungskultur, weil bislang haben wir immer gleich gearbeitet, seit 15, 20 Jahren. Und jetzt verlangen wir von freiwilligen Helfern, etwas Neues zu tun im digitalen Bereich. Vielleicht gibt es einige Hürden, weil man weiß nicht, wie es geht. Und ja, das verlangt eine gewisse Zeit, um das auch zu erklären. Dann sprechen wir über die Projektkoordination. Wir arbeiten mit einem spanischen Unternehmen. Es ist nicht immer einfach in dieser Zeit, sich stets zu verstehen. Und dann Datenschutz. Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema für uns. Wir wollen die Regulierungen natürlich auch ein bisschen vorgreifen. Und damit unsere Mitglieder sich direkt anmelden können und haben dann einen geschützten Raum für ihre Daten und können sagen, ja, ich möchte kontaktiert werden oder nicht. Und dann haben wir noch eine weitere Hürde, die man nicht unterschätzen sollte. Das heißt auch Zugang an die Statistiken für die Jungen. Auch für die Coaches muss man schauen, wie das geht. Das heißt, wenn jemand sagt, ich habe so und so viele Punkte während diesem Matsch erlangt. Und dann müssen wir sagen, es wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, eine Art Erziehungsmöglichkeit für die Jungen zu haben. Und letzter Teil, wie es mein Kollege schon erklärt hat, die Ausbildung von allen Stakeholdern. Das heißt, die Lizenznehmer, die freiwilligen Helfer, die regionalen Verbände. Das heißt, es braucht eine gewisse Zeit und das muss man, wie gesagt, nicht unterschätzen in einem solchen wichtigen Projekt. Und das wird uns noch eine gewisse Zeit begleiten. Wenn es Fragen oder Bemerkungen gibt, stehen wir weiterhin zu eurer Verfügung. Und man kann uns auch hier mit diesen Informationen erreichen und wir danken für eure Aufmerksamkeit.